Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann's jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Wir schreien laut, die Hütte brell, laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment, laut, laut, wir schreien laut, wir schreien laut, die Hütte brell, laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt. So, ich stehe hier. So, ich stehe hier. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue es mich jetzt einfach. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich stehe hier Gott sei Dank. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann's jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue es mich jetzt einfach. So, ich traue hier jetzt um. So, ich traue es mich jetzt um den hier. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue es mich jetzt einfach. Woohoo! Woohoo! Musik So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! We need more space zum Springen! Laut! Laut! Wir schreien laut! Die Hütte brell! Laut! Laut! Wir schreien laut! Mit dem Moment! Laut! Laut! Wir schreien laut! Die Hütte brell! Laut! Laut! Wir schreien laut! Musik Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. Musik Ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Musik 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 Hallo liebe Porno-Freunde, heute gibt es keine Grenzen hin. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Hallo liebe Porno-Freunde. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Wir schreien laut, wir schreien laut, die Hütte brell, laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment, laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt. So, ich stehe hier jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Mit dem Moment, laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell, laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue mich jetzt einfach. Okay. Woohoo! 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 Hallo liebe Porno-Freunde, heute gibt es keine Grenzen hin. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009, ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich bin's, da geht's! Musik So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Die Hütte brell laut 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 wir schreien laut mit dem Moment laut laut wir schreien laut die Hütte brell laut laut wir schreien laut Musik 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 Ja servus ich bin's der Lenzi die amtierende Miss Summerspest 2009 ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge die es auf Summerspest zu erleben gibt die Herbis Waterslide So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach Musik Musik So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Musik Musik Laut, laut, wir schreien! So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Hallo liebe Pornofreunde, heute gibt es keine Grenzen hin. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Woohoo! Wooo! 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 So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Wir schreien laut, die Hütte brennt laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brennt laut, laut, wir schreien laut. Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue es mich jetzt einfach. So, ich bin's. So, ich bin's. Hallo liebe Porno-Freunde Heute gibt es keine Grenzen hin So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen Ausprobieren Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brennt Laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brennt Laut, laut, wir schreien laut Ja, servus, ich bin's, der Lenzi Die amtierende Miss Summerspash 2009 Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt Die Herbis Waterslide So, ich stehe hier jetzt herum Das schaut schon ziemlich weit aus Aber ich traue es mich jetzt einfach So, ich bin's, ich bin's, ich bin's So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen Ausprobieren Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brennt Laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brennt Laut, laut, wir schreien laut Ja, servus, ich bin's, der Lenzi Die amtierende Miss Summerspash 2009 Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt Die Herbis Waterslide So, ich stehe hier jetzt herum Das schaut schon ziemlich weit aus Aber ich traue es mich jetzt einfach So, ich bin's, ich bin's So, ich bin's, ich bin's, ich bin's So, ich bin's, ich bin's Hallo liebe Pornofreunde Heute gibt es keine Grenzen hin So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen Ausprobieren Ausprobieren Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brennt Laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brennt Laut, laut, wir schreien laut Ja, servus, ich bin's, der Lenzi Die amtierende Miss Summerspash 2009 Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt Die Herbis Waterslide So, ich stehe hier jetzt herum Das schaut schon ziemlich weit aus Aber ich traue mich jetzt einfach Wohooo Go boh Gob Go 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 So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009, ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt und dann einfach. Woohoo! 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 Hallo liebe Porno-Freunde Heute gibt es keine Grenzen hin So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen Ausprobieren Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte breit Laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte breit Laut, laut, wir schreien laut Ja, servus, ich bin's, der Lenzi Die amtierende Miss Summerspash 2009 Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt Die Herbis Waterslide So, ich stehe hier jetzt herum Das schaut schon ziemlich weit aus Aber ich traue es mich jetzt einfach So, ich traue es mich jetzt So, ich traue es mich jetzt So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen Ausprobieren Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte breit Laut, 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 wir schreien laut Mit dem Moment Laut, laut, wir schreien laut Die Hütte breit Laut, laut, wir schreien laut Ja, servus, ich bin's, der Lenzi Die amtierende Miss Summerspash 2009 Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt Die Herbis Waterslide So, ich stehe hier jetzt herum Das schaut schon ziemlich weit aus Aber ich traue es mich jetzt einfach Wohooo 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 So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009, ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Let's go! Woohoo! So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Monat! Woohoo! So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Mit dem Moment laut, 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 wir schreien laut, die Hütte brell, laut, laut, wir schreien laut. Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Wir schreien laut, die Hütte breit. Laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte breit. Laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Wie Meet Maus Base zum Springen. Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte breit. Laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte breit. Laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich bin's, 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 ich bin's So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009, ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt ein paar. Wohooo! Ja, 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 ja. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschwaffe jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Laut, wir schreien laut, die Hütte bremt laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment, laut, laut, wir schreien laut, die Hütte bremt laut, laut, wir schreien laut... Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschwarte jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Wie Midmouse Space zum Springen. Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell, laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell, laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschwarte jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. We need more space zum Springen. Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte breit laut, 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 wir schreien laut, mit dem Moment laut, laut, wir schreien laut, die Hütte breit laut, 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 wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich bin's, ich bin's. So, ich bin's. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt an. Wohooo! 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 So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich und ich stehe hier jetzt einfach. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Woohoo! Wuuuuh! Waaaaaah! Yes! Good! Good! So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Wir schreien laut, die Hütte brennt laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brennt laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Wo-hooo! 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 Hallo liebe Pornofreunde, heute gibt es keine Grenzen hin. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue es mich jetzt schnell los! Ja, ich traue es jetzt! Ich traue es! Ich traue es natürlich runter! Woh-hooo! So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue es mich jetzt einfach. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich stehe hier Gott sei Dank. Ich würde sagen noch im ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Wohooo! Good, good! Hallo liebe Porno-Freunde! Heute gibt es keine Grenzen hin. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Mit dem Moment laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell, laut, laut, wir schreien Tod. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspest zu erleben gibt, die Herbis Water Slides. Ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue es mich jetzt einfach. Ja! Hallo liebe Pornofreunde, heute gibt es keine Grenzen hin. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Sommerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspest zu erleben gibt, die Herbis Water Slides. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue es mich jetzt einfach. Wuhu! Hallo liebe Pornofreunde. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Sommerspash 2009, ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue es mich jetzt einfach. So. Ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte breit laut, 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 wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Sommerspash 2009, ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue es mich jetzt einfach. Also, ich zeige dir so! Oh, oh 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 oh. Oh 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 oh! Oh oh oh! Oh oh oh! So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009, ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich bin's, ich bin's, ich gasp. Ui. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Mit Mars Base zum Springen! Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte breit laut, 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 wir schreien laut, mit dem Moment laut, laut, wir schreien laut, die Hütte breit laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Wohooo! 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 Die Hütte brennt laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment laut, laut, wir schreien laut. Die Hütte brennt laut, 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 wir schreien laut. Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss SummerSpesch 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr, und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf SummerSpesch zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Wir schreien laut, die Hütte brennt laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brennt laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss SummerSpesch 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr, und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf SummerSpesch zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich bin's, 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 ich bin's So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Hallo liebe Porno-Freunde! So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Wir mieten mehr als Bass zum Springen, ne? Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell. Laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell. Laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt einfach. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Mit Mietmaus-Bass zum Springen, ne? Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell. Laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell. Laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Wir schreien laut, die Hütte brell. Laut, laut, wir schreien laut, mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell. Laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. Ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Hallo, liebe. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell. Laut, laut, wir schreien laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue es mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt. Ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Mit dem Moment. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Summerspest 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Summerspest zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue es mich jetzt einfach. So, ich te freue mich. Musik So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Wir mieten mal Space zum Springen! Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell, laut laut, wir schreien laut, mit dem Moment laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brell laut, laut, wir schreien laut... Ja, servus, ich bin es der Lenzi. Die amtierende Miss Sommerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr. Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt. Die Herbis Waterslide. Ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue es mich jetzt einfach. Und ich traue es mich jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschwaffe jetzt wirklich überlebt. Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Wie meet my space zum Springen. Laut, laut, wir schreien, laut, die Hütte frei. Laut, laut, wir schreien, laut. Ja, servus. Ich bin's, der Lenzi. Die amtierende Miss Sommerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr. Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt. Die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue es mich jetzt einfach. Und ich traue es mich jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch. Im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschwaffe jetzt wirklich überlebt. Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Wie meet my space zum Springen. Laut, laut, wir schreien, laut, die Hütte brengt. Laut, laut, wir schreien, laut, mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien, laut, die Hütte brengt. Laut, laut, wir schreien, laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi. Die amtierende Miss Sommerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr. Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt. Die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich stehe hier jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt. Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Wie meet my space zum Springen. Laut, laut, wir schreien, laut, die Hütte brengt. Laut, laut, wir schreien, laut, mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien, laut, die Hütte brengt. Laut, laut, wir schreien, laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Sommerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr. Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt. Die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue es mich jetzt einfach. So, ich traue es mich jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt. Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Wie meet my space zum Springen. Laut, laut, wir schreien, laut, die Hütte brengt. Laut, laut, wir schreien, laut, mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien, laut, die Hütte brengt. Laut, laut, wir schreien, laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi. Die amtierende Miss Sommerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr. Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt. Die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue es mich jetzt einfach. So, ich traue es mich jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschwaffe jetzt wirklich überlebt. Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Wie meet my space zum Springen. Laut, laut, wir schreien, laut, die Hütte brengt. Laut, laut, wir schreien, laut, mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien, laut, die Hütte brengt. Laut, laut, wir schreien, laut. Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Sommerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr. Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt. Die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue es mich jetzt einfach. Und ich traue es mich jetzt. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt. Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren. Wie meet my space zum Springen. Laut, laut, wir schreien, laut, die Hütte brengt. Laut, laut, wir schreien, laut, mit dem Moment. Laut, laut, wir schreien, laut, die Hütte brengt. Laut, laut, wir schreien, laut. Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Sommerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr. Und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt. Die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum. Das schaut schon ziemlich weit aus. Aber ich traue es mich jetzt einfach. So, ich schreien mich jetzt. Ja! So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Sommerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich bin's, ich bin's, ich bin's. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch. Im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Sommerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. Wohooo! Ja, 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 ja. So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! Wir schreien laut! Die Hütte breckt laut, laut! Wir schreien laut! Mit dem Moment laut, laut! Wir schreien laut! Die Hütte breckt laut, laut! Wir schreien laut! Servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Sommerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue mich jetzt einfach. So, ich bin's! Musik So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen, das heißt ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren! We need more space zum Springen, ne? Laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brennt, laut, 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 wir schreien laut, mit dem Moment, laut, laut, wir schreien laut, die Hütte brennt, laut, laut, wir schreien laut, 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 wir schreien laut. Musik Ja, servus, ich bin's, der Lenzi, die amtierende Miss Sommerspash 2009. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Jahr und ich zeige euch jetzt eines der genialsten Dinge, die es auf Sommerspash zu erleben gibt, die Herbis Waterslide. Musik Musik So, ich stehe hier jetzt herum, das schaut schon ziemlich weit aus, aber ich traue es mich jetzt einfach. Musik 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 So, ich stehe hier Gott sei Dank noch im Ganzen. Das heißt, ich habe diese Rutschfahrt jetzt wirklich überlebt und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Ausprobieren!